Drei Gründe, warum ich glaube, dass der Immobilienmarkt weiter florieren wird. Erstens, es wird in den nächsten Jahren ein Überangebot an Objekten mit Sanierungsbedarf geben. Hier wird man in die Sanierung investieren müssen, aber es werden auch ganz andere Preise aufgerufen, da die Käufer nicht mehr Schlange stehen. Zweitens, die Wohnungsknappheit wird noch ein paar Jahre andauern. Eine große Chance für Immobilieninvestoren oder die, die es noch werden wollen. Und drittens, durch die Wohnungsnot werden die Mieten weiter steigen. Viele Familien verfolgen weiterhin das Ziel, in die eigenen vier Wände zu kommen, um davon unabhängig zu werden. Und die gestiegenen Zinsen werden aus meiner Sicht den Markt nicht zum Einstürzen bringen. Was denkst du?